Das Pause-Girl-Machen. DPD hat mir eine Karte auf Weihnachten geschickt. Danke vielmals, liebe DPD. Und die Preiserhöhung könnt ihr euch in die Arsch hinein schieben. Genau. Pilot-Tone active. Ich musste noch mal die Einstellung machen. Bei den Hosen hat es nicht geklappt. Und zwar genau hier. Bei den Hosen mit weissem Hintergrund. Probieren, aber ich gehe mal rein. Ich suche etwas. Messe wechseln. Messe wechseln in Brug für Dahlé 1035. Brieföffnung. Ja, einer der beliebtesten der Schweiz. Kannst du nicht mehr neu kaufen, gibt keine mehr. Der Streit um den Preis. Das ist ein Klassiker. Ein Rechtsanwaltbüro, das braucht eine neue Bindemaschine. Am besten elektrisch. Sichtbücher nach Österreich. Eben, das ist jetzt das YouTube. Vier so Sichtbücher nach Österreich, was das kostet. Die Sichtbücher sind seit 10 Jahren ausverkäft. Ich hatte einen Newsletter. Den habe ich jetzt scheduled. Also, der geht am Morgen raus, glaube ich. Ich habe auf dem Mac jetzt das dunkle Design. Das dunkle Design. Und das kommt also super. Ich finde das so schön mit diesen Fenstern. Ich kann es da geschwind einblenden. Eben, die Drohnenbilder von gestern. Die sind wirklich schön. Aber du musst einen Plan haben. Am liebsten bei diesem Tempel hier. Das Gretzenbach. Bei diesem Thai-Tempel. Und zwar, neue Preisliste per 1. Januar von der Kolma. Ich komme dir über auf Papier. Liebe Kolma. Kann ich den Fehler mit meinen hellen Stellen... Also, das ist einfach... Also, ich habe schon x-mal versucht euch zu erklären, dass ich mit diesem hier nichts anfangen kann, ausser zu abzutippen. Ich kann das nur abzutippen. Ich habe das nicht gesehen gestern. Das tut mir leid. Das hat so gekriselt. Also, das ist nicht mein Stil normal von der Bildbearbeitung. Oh nein, ich habe den Kragen schräg. Cool, okay. Das kann roten. Viel schneller. Dann ist das die Einladung. Also, auch hier, wenn ihr mal dabei sein möchtet, ich finde, kann sich hier anmelden. Einfach auf der E-Mail-Adresse. Und das ist jetzt eben das Diné San Nicolas. Und zwar am 18.30 Uhr. Am 15. Dezember. Ich hoffe jetzt, dass das klappert mit dem Dinenscreen. Ein bisschen besser. Zupac. Du. Verst hier. Du. Du.